Hi Leute, in Äthiopien herrscht nach wie vor große Not. Wir von Menschen für Menschen und dem Projekt HiFi4Life bitten euch, uns zu unterstützen, damit wir es schaffen, die große Not, die im Land vorherrscht, zu bekämpfen und Fluchtursachen verhindern zu können. Macht mit, denn nur gemeinsam können wir etwas bewegen. Eure Julia